Die Luftangriffe Russlands auf die Ukraine, auf ukrainische Militäranlagen, ist ein echter Game Changer in Europa. Wer hätte gedacht, dass wir so schnell eine solche Situation erleben. Vor drei, vier Jahren wäre uns das unvorstellbar vorgekommen. Aber jetzt ist es der Fall und damit haben sich die Warnungen der Amerikaner bestätigt. Das muss ich eingestehen zugeben. Das habe ich nicht gedacht, dass Russland diesen Schritt gehen wird, nämlich jetzt, dass Putin diesen Schritt gehen wird, nämlich wirklich jetzt diese massive Attacke zu fahren. Was ist das Ziel dieser Attacke? Dazu hat sich Putin heute in einer Fernsehansprache geäußert und hat gesagt, ja, also wir wollen diese Angriffe auf Luhansk, auf Donetsk, also diese Donbass-Regionen, die Russland ja anerkannt hat jetzt, das wollen wir stoppen. Wir wollen sozusagen diejenigen, die hier für diese Attacken sind, verantwortlich machen. Darunter viele Nazis, hat er das wörtlich gesagt. Und da hat er natürlich einen Punkt, der im Westen kaum erwähnt wird. Es sind gerade an der Front, wenn man so will, im Donbass sind viele ukrainische Ultranationalisten. Aber das rechtfertigt natürlich nicht und kann natürlich nicht rechtfertigen, was da passiert. Die Eskalation ist da. Wie gesagt, ich habe nicht gedacht, dass er das riskieren wird, denn das wird nicht nur für Russland verheerende Folgen haben, aber vor allem für Russland, auch für Europa. Es ist ein echter Game Changer. Hier sehen wir mal, die europäischen Märkte werden fallen. Das ist jetzt schon klar nach dieser Attacke. Hier sehen wir Luhansk, wir sehen Donetsk, wir sehen Scharkow, wir sehen die Krim unten, wir sehen Odessa, wir sehen Kiew, wie gesagt, Kiew etwa 1300 Kilometer von Berlin entfernt. Jetzt attackiert worden, nicht ganz Kiew, sondern eben Militäreinrichtungen. So hat das russische Verteidigungsministerium gesagt, Russland attackiert eben die militärische Infrastruktur mit High Precision Weapons, also mit Hochprezisionswaffen. Was man versucht ist, also die militärische Infrastruktur der Ukraine auszuschalten. Warum tut man das? Tut man das, um wirklich, wie Putin sagt, eben weitere Angriffe auf den Donbass, auf diese Volksrepubliken im Donbass, die Russland anerkannt hat, jetzt zu stoppen? Oder ist das der Auftakt für den wirklichen Einmarsch in die Ukraine? Das werden wir bald sehen. Hier sehen wir mal die Militärschläge aus der Luft, die Russland ausgeführt hat, wirklich sehr breitflächig. Und wir sehen auf der anderen Seite hier etwa vom Präsidentenpalast in Kiew. Das rückt also schon sehr, sehr bedrohlich nahe. Wie gesagt, Kiew ist 1300 Kilometer von Berlin entfernt, Lemberg 900. Manche böse Zungen sagen, sie seien noch nie so froh wie heute, dass Polen existiert. Jedenfalls sehen wir, dass dieser Krieg uns natürlich sehr, sehr nahe kommt. Wir sehen hier russische Truppen, russische Panzer, die über die ukrainische Grenze fahren. Auch von der Krim aus kommend. Also das ist jetzt schon natürlich eine andere Dimension. Und Putin dann auch in dieser Fernsehansprache gesagt. Also wer auch immer uns da jetzt in die Quere kommt, der muss wissen, dass das Konsequenzen haben wird, die noch nie so in der Geschichte da gewesen sind. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Russen etwa genauso viele Atomwaffen haben wie die Amerikaner. Also das ist natürlich dann schon eine herbe Geschichte. Ich kann mich in den 1980er Jahren erinnern. Damals war ein Atomkrieg jederzeit möglich. Da lebte man irgendwie in diesem Gefühl, also es kann jederzeit losgehen. Das ist jederzeit eine Option. Tschernobyl dann noch diese apokalyptische Situation, die wir damals mental gefühlt haben. Man durfte als Kind nicht rausgehen oder als Jugendlicher sollte man möglichst zu Hause bleiben. All diese Dinge sind weitgehend vergessen. Aber es ist schon so, dass natürlich hier eine Eskalation immer krassere Folgen haben kann. Jetzt haben wir die Reaktion von Biden. Der sagt, ich werde morgen mit den G7-Staatschefs mich treffen, um weitere ernsthafte Sanktionen gegen Russland zu erlassen. Wir werden weiterhin die Ukraine unterstützen und die Menschen in der Ukraine, ähnlich Ursula von der Leyen. Strenge Verurteilung Russlands und dann sozusagen ein feuchter Händedruck. Ciao, macht's gut. Wir wünschen euch das Beste, könnte man sagen. Die EU will jetzt offenkundig russischen Banken die Zugänge zu den Finanzmärkten in Europa sperren. Aber eines ist wohl das, was jetzt die Antwort ist, die logische Antwort ist, jetzt eben die nukleare Option sozusagen vor der nuklearen Option. Und das wäre Russland aus dem SWIFT-System auszuschließen. Denn das ist jetzt dieser Schritt, der wirklich zu weit gegangen ist mit dem Donbass. Das kann man vielleicht in irgendeiner Form, wenn überhaupt, noch nachvollziehen. Aber das, was jetzt Putin macht, ist einfach, diese rote Linie zu überschreiten. Und wenn der Westen glaubwürdig bleiben will, dann muss er jetzt irgendwie was auspacken, was richtig wehtut den Russen. Was natürlich auch uns wehtun wird. Was wird passieren etwa, wenn man russische Banken vom SWIFT-System ausschließt? Wie können wir dann zum Beispiel, wenn überhaupt Russland noch Erdgas und Öl liefert, wie können wir das bezahlen? In Dollar wird das nicht mehr gehen dann. Das sind alles offene Fragen. Jedenfalls der russische Außenminister hier sagt, also SWIFT muss kommen. Verheerende Sanktionen gegen Russland müssen kommen. Wir müssen Russland extrem isolieren. Wir brauchen Waffen. Wir brauchen Finanzhilfe. Wir brauchen humanitäre Hilfe. Und all das jetzt in einer Situation, wo 84% der Amerikaner nicht mal wissen, wo die Ukraine ist. Das deutet schon an, wie hoch wahrscheinlich die Amerikaner bereit sind, selber zu leiden unter dieser Geschichte für ein Land, von dem nur 16% wissen, wo es ungefähr liegt. Das sagte schon alles. Und einer der Herrschaften, die wohl unter diese 84% fallen, ist Sir Donald. Der allerdings vielleicht gar nicht so Unrecht hat, als er hier heute jetzt gesagt hat, also unter meiner Administration wird es nicht passiert. Klar, unter der Administration von Trump passiert nur Gutes. Das wissen wir ja. Es hat wirklich angefangen mit der Weakness in Afghanistan, also mit diesem Abzug aus Afghanistan, der nicht wirklich glorreich war, wie man ja sagen muss. Da so sagte Trump, hat Putin gedacht, okay, das kann ich jetzt tun. Die Amerikaner sind schwach. Vielleicht hat er da wirklich einen Punkt. Interessant ist jetzt, wie verhält sich eigentlich China? Was sagt China? Und China sagt ja, also im Gegensatz zu dem, was andere ausländische Medien sagen, handelt es sich ja hierbei nicht um eine Invasion. Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Das ist ja praktisch, man kann nicht sagen eine Legitimierung, aber es heißt ja, Leute, das ist doch keine Invasion. Das ist eben eine andere Geschichte, das zeigt, dass natürlich Russland sich versichert hat, dass Putin sich bei Xi Jinping versichert hat, dass er diesen Schritt gehen kann, dass Peking hier keinen Stress macht. Wäre Peking, hätte Peking gesagt, nee, ist nicht, lass das, sonst werden wir auch garstig. Dann hätte Putin diesen Schritt nicht unternommen, denn dann hätte er nicht nur den Westen als Feind, sondern eben auch Probleme mit China. Und das wäre an zwei Fronten ein bisschen zu viel. Wir sehen hier übrigens China, russische Importe und russische Exporte, sehen wir hier grün in Dollar, hier blau in Euro und andere Währungen. Und wir sehen, dass hier der Anteil von Dollars immer weiter zurückgegangen ist, gerade bei den Importen Russlands. Bei den Exporten ist er zuletzt wieder ein bisschen gestiegen, aber tendenziell rückläufig, während zum Beispiel gerade bei den Exporten der Euro immer stärker genutzt wird. Oben ist dann wahrscheinlich der Yuan, das wird hier unter Other qualifiziert, also unter anderen Währungen, aber das ist praktisch der Yuan. Wir sehen also, dass hier im russischen Rubel hat kaum eine Rolle gespielt, by the way. Und wir sehen also, dass Russland schon lange versuchte vom Dollar wegzukommen. Das geht nur mit Billigung auch der Chinesen dann in Yuan in etwa. Jedenfalls sehen wir, dass der russische Rubel jetzt auf einen Rekordtief zum Dollar gefallen ist, dass Moskau jetzt erstmal den Handel ausgesetzt hat, soll später wieder aufgenommen werden. Und ein interessanter Bericht der New York Times, so Russia could use cryptocurrency to blunt the force of US sanctions. Also, dass man mit Kryptowährungen im Prinzip oder mit Kryptos eben diese Sanktionen umgehen kann. Das wiederum, wenn die so wäre, dürfte das natürlich von den Regulatoren im Westen den Gegenwind gegen Kryptos deutlich verstärken. Jetzt, was wird das bedeuten? Welche Konsequenzen sind hier zu erwarten? Hier mal eine Einschätzung von Goldman Sachs. Die Kombination zwischen Upside Inflation Risk, also das alles wird ja sozusagen ziemlich logisch dazu führen, wir sehen das schon am Ölpreis, dazu glaube ich mehr, dass die Inflation weiter steigt. Downside Risk to Growth, also praktisch Abwärtsrisiken für Wachstum, auch das ist sehr wahrscheinlich. Was wird die FED in diesem Umfeld tun? Was werden die Notenbanken in dem Umfeld tun? Normalerweise, so heißt das ja bei Goldman Sachs, halten Notenbanken in geopolitisch sehr schwierigen Situationen erstmal so ein bisschen die Füße still. Das wirft interessante Perspektiven auf die März-Sitzung der FED. Goldman Sachs sagt, also 10 Dollar Anstiege beim Ölpreis bringt die Headline Inflation um 20 Basispunkte nach oben, also 0,2 Prozent, aber das GDP Growth wird nur unter einem 0,1 Prozent beeinflusst. JP Morgan dagegen sagt, ja, Öl dürfte dann in einem militärischen Konflikt, und das ist ja jetzt der Fall, auf 150 Dollar steigen. Globale Wachstum wird crashen. Und ja, das sind die Perspektiven. Mit einem Wort Stagflation, wobei Stagflation ja eigentlich Inflation und Stagnation meint. Und hier dürften wir nicht nur Stagnation wirtschaftlich haben, sondern wahrscheinlich auch Rückgänge, je nachdem, wie jetzt die Dinge sich weiterentwickeln, wie Russland etwa Energie weiterliefert. Ja, nein, wenn wir bestimmte Dinge tun, das ist eben die große Frage, die sich jetzt stellen wird. Wir sehen jedenfalls an der Reaktion der Märkte tief rot. Alles, was nicht Rohstoffe ist, das ist im Prinzip unter Druck. Und wir sehen hier etwa Gold steigt. Ein deutlicher Anstieg. Bitcoin fällt, das sagt alles über den sicheren Hafen. Bitcoin ist ein Risikoasset, ein Liquiditätsasset, das natürlich jetzt in einer solchen Situation Schwierigkeiten kommt. Hier sehen wir Weizen schießt nach oben, Lebensmittelpreise. Wir sehen Natural Gas schießt nach oben, Energiepreise. Also die Folgewirkungen sind klar. Hier sehen wir die fallenden Renditen für US-Staatsanleihen. Flucht in den sicheren Hafen. Auf der einen Seite, wir sehen, dass die Rate-Hike-Expectations fallen. Also die Zinsanhebungserwartungen durch die Märkte an die Fed sind dann rückläufig, weil eben in einer solchen Situation die Fed sehr unwahrscheinlich gleich mit einem 0,5er-Schritt anfangen würde. Ich hatte gestern diese Grafik gezeigt des Nasdaq 100 und wir sehen, da sind wir jetzt drunter. Wir haben also die Januar-Tiefs jetzt deutlich unterschritten. Alles ist möglich und das Gegenteil. Aber so richtig schick schaut das nicht aus. Das könnte ein herbes Erwachen für die Amis geben, wenn sie dann aufstehen und ihre Portfolios durchsuchen. Da könnte es so einige Margin Calls geben. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass im Umfeld oder im Vorfeld der US-Eröffnung es noch mal ziemlich heftig zur Sache gehen wird. Oder kommt dieses Muster, das ich schon mal gezeigt hatte, bei Zelda Rumor by the Fact, also wenn dann eine Invasion passiert. Es ist noch keine volle Invasion, soweit wir wissen. Jedenfalls ist das aber natürlich wahrscheinlich das Ziel, wenn er schon die militärische Infrastruktur ausschaltet oder ausschalten will, nämlich Putin. Dann ist ja das Ziel sozusagen im zweiten Gang wohl die russischen Truppen da hinzukriegen. Der Widerstand wird groß sein. Wie gesagt, es gibt Odessa im Süden, es gibt Charkov. Da sind noch nennenswert russisch sprechende, russisch fühlende Bevölkerungsschichten. Ab Kiew Richtung Westen ist das überhaupt nicht der Fall. Das ist dann wirklich Krieg, weil diese Leute das nicht auf sich sitzen lassen werden. Aber zurück zur Frage. Wird es wieder so kommen, dass dann praktisch die Invasion gekauft wird? Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, solange nicht klar ist, eben welche Sanktionen, wie krass die ganze Geschichte ausgehen wird. Unter anderem darüber werden wir auch sprechen, ich habe das gestern schon erwähnt, mit Thomas Mayer. Thema Inflation, Zentralbanken in der Krise, wohin steuert unser Geld? Da werden wir natürlich auch diese Ukraine-Situation thematisieren. Auch Inflation, was wird das bedeuten? Heute 19 Uhr, den Link packe ich Ihnen unter das Video. Absoluter Pflichttermin, deswegen werde ich auch das Marktgeflüster heute etwas früher machen, weil im 19. Jahrhundert ist ja der Boom und Barst. Also versuche ich so Viertel nach sechs, das Marktgeflüster fertig zu haben. Und wir sehen, Palladium steigt, mögliche Angebotsauswahl aus Russland nicht aufzufangen. Das ist das große Thema. Wie wird es mit diesen Rohstoffen weitergehen, über die Russland verfügt? In vielen Bereichen, wie etwa Palladium, zweitgrößter Hersteller der Welt, für uns unverzichtbar. Diesen Artikel werde ich Ihnen auch unter dem Video verlinken und wünsche jetzt erstmal, trotz dieser nicht wirklich schönen und guten Nachricht, einen einigermaßen anständigen Start in diesen Tag. Wir sehen uns heute Abend zum Marktgeflüster und zu Boom und Barst. Ich sage Servus und Ciao.